Das nächste Beispiel bezieht sich jetzt auf Flächen. Und bei Flächen tauchen immer solche Dinge wie Quadratmeter auf. In dem Falle hier haben wir eine Fläche von 153 Quadratzentimetern und die wollen wir umrechnen in Quadratmeter. Das erste, worüber wir uns wieder Gedanken machen müssen, ist, was heißt eigentlich dieses C? Was ist Centi? Also gucken wir in die Tabelle und stellen fest, ein Zentimeter sind gleich 10 hoch minus 2 Meter. Das ist also unser Ausgangspunkt. Und jetzt kommt hier eine riesige Gefahr, wo man wirklich Fehler machen kann. Denn die Art, wie man Quadratzentimeter schreibt, ist eigentlich fast falsch. Es hat sich so eingebürgert, das zu schreiben. Das ist aber im Grunde genommen sehr ungenau. Denn was man meint, wenn man Quadratzentimeter schreibt, ist eigentlich folgendes. Man sagt, ein Quadratzentimeter soll sein ein Zentimeter mal ein Zentimeter. Das kann man sich vorstellen, man hat so ein, ja im Prinzip wie so ein Kästchen hier. Ein Zentimeter und ein Zentimeter. Und dieses Ding hier hätte jetzt die Fläche ein Quadratzentimeter. So ist das gemeint. Warum ist das jetzt gefährlich und warum fange ich hier an der Stelle an zu nörgeln, wenn es doch alle so machen? Das Problem ist eigentlich folgendes. Es ist eigentlich nicht eindeutig, dass sich dieses Quadrat hier auf das Zentimeter auch noch bezieht. Man könnte das hier nämlich ganz anders lesen. Und zwar könnte man das hier auch lesen als ein Zenti Quadratmeter. Das heißt, man würde das hier auch lesen können theoretisch. Oder eigentlich wäre es naheliegender, das so zu lesen. Das sind 10 hoch minus 2 Quadratmeter. Das Dumme an der Stelle ist, das ist nicht gemeint. Und hier hat sich wie gesagt eine meiner Meinung nach ziemlich ungeschickte Notation eingebürgert. Oder zumindest eine sehr ungenaue Notation. Denn man meint was anderes. Man meint eigentlich folgendes, wenn man einen Quadratzentimeter schreibt. Man meint eine Klammersetzung. Das heißt, auch wenn man sie nicht hinschreibt, stehen hier eigentlich virtuelle Klammern. Das sind keine Klammern, die man mathematisch korrekterweise weglassen darf. Trotzdem macht das jeder. Also das hat sich wirklich einfach so eingebürgert. Und deswegen schieße ich da jetzt auch nicht quer, weil es nichts bringt, wenn der Herr Barte plötzlich seine eigenen Notationen erfindet, die kein anderer benutzt. Aber ich nehme die jetzt aus didaktischen Gründen hier erstmal mit, weil man dann viel leichter sieht, was passiert. Und der Hauptfehler, der beim Flächenumrechnen passiert, dann schon mal ausgeschlossen ist. So, was wollen wir machen? Wir wollen die Centi eigentlich nur loswerden. Wir brauchen gar kein neues Präfix. Das heißt, dieser Teil unseres Kochrezeptes hier fällt weg, weil wir das gar nicht brauchen. Sondern wir müssen einfach nur unser altes Präfix wegbekommen. Was machen wir also? Wir schreiben das Centi aus. Wir übernehmen wieder den Wert. Und jetzt schreibe ich bewusst Klammern. Wir schreiben das Centi aus. Da haben wir gesagt, das sind 10 hoch minus 2. Übernehmen die Einheit. Und jetzt müssen wir eben daran denken, dass das Ganze noch quadriert wird. Und das birgt eine gewisse Gefahr. Denn so notiert ist jetzt klar, dass Folgendes passiert. Das Quadrat wirkt sowohl auf die Meter als auch auf die 10 hoch minus 2. Das heißt, was hier passiert ist Folgendes. Wir rechnen mal aus. Hier steht 153. So, jetzt haben wir 10 hoch minus 2 Quadrat. 10 hoch minus 2 Quadrat heißt 10 hoch minus 2 mal 10 hoch minus 2. Das schreibe ich mal aus. 10 hoch minus 2 mal 10 hoch minus 2. Und was noch übrig bleibt, sind Quadratmeter. Und damit sind wir eigentlich de facto schon fertig. Wir müssen nämlich einfach nur noch ausrechnen, was das hier dann ist. 10 hoch minus 2 mal 10 hoch minus 2 sind 10 hoch minus 4. 10 hoch minus 4 heißt, nimm die 153 und teile sie durch 10.000. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, dann kommt hier raus 0,0153 Quadratmeter. Die Gefahr, die sonst ganz gerne besteht oder die Fehler, die gerne gemacht werden, ist, dass man vergisst, dass dieses Quadrat hier auch auf die 10 hoch minus 2 wirkt. Und naja, das liegt eben daran, dass diese Klammern nicht gesetzt werden. Ich glaube, hätte man sich ein Leben lang dazu entschlossen, diese Klammern zu setzen, würde der Fehler nicht so oft passieren. Aber naja, so passiert er leider zu oft. Im fünften Beispiel soll es mal zur Abwechslung um ein Volumen gehen. Und zwar haben wir hier ein Volumen von 8.800 Kubikzentimetern. Und diese 8.800 Kubikzentimeter wollen wir umrechnen in Liter. Jetzt ist Liter eine Volumeneinheit. Gut, das wissen wir alle. Aber es fällt ein bisschen aus diesem Präfixsystem raus. Dafür muss man jetzt wissen, dass ein Liter ein Kubikdezimeter sein sollen. Jetzt haben wir hier die Dezimeter drinstehen. Die hatten wir bisher noch nicht. Also wenn wir uns das Dezi als Präfix angucken und in die Tabelle gucken, stellen wir fest, ein Dezimeter sind 10 hoch minus 1 Meter. Und damit bewaffnet können wir jetzt quasi wieder unser Kochrezept starten. Das heißt, Schritt 1, wir schreiben den Wert ab. Schritt 2, wir schreiben das Präfix, was wir nicht mehr haben wollen, als Potenz. Zenti waren 10 hoch minus 2. Vorsicht, das Ganze natürlich jetzt Kubik. Ganz ans Ende schreiben wir schon mal die Kubikmeter, weil die müssen wir ja gleich übernehmen. Jetzt schreiben wir das Präfix hin, was wir haben wollen, nämlich die Dezi. Und das auch als Potenzschreibweise. Also das Dezi ist 10 hoch minus 1. Das Ganze allerdings auch Kubik. Und damit das Ganze wieder stimmt, teilen wir wieder durch 10 hoch minus 1. Und auch Kubik. Das sieht ziemlich dramatisch aus, was wir hier gerade machen. Das vereinfacht sich gleich aber ganz herrlich. Was wir damit erreichen, ist, wir haben hier unsere Kubikdezimeter erzeugt. Das heißt, was wir hier rausbekommen in orange ist Kubikdezimeter. Und genau das wird gleich unser Liter. Und den Rest muss man wieder ausrechnen. Das heißt, das hier schnappen wir uns und rechnen das jetzt durch. In einer kleinen Nebenrechnung. So, was steht hier? Hier steht 8800 mal 10 hoch minus 2. Ich schreibe das einmal komplett ab, der Übersichtlichkeit halber. Hoch 3. Geteilt durch. Jetzt kann ich ein Geteiltzeichen machen oder einen Bruch. Ich schreibe es mal als Bruch. Geteilt durch 10 hoch minus 1 hoch 3. Jo, und jetzt müssen wir wieder Potenzrechenregeln anwenden. Und dafür muss man wissen, dass folgende Potenzrechenregel gilt. Und A hoch X hoch Y ist gleich A hoch X mal Y. Das heißt für uns, hier stehen 8800. 10 hoch minus 2 und das Ganze hoch 3 wären also 10 hoch minus 6. Geteilt durch 10 hoch minus 1 hoch 3 sind 10 hoch minus 3. Ja, wenn man es sagt, sollte man das auch schreiben. So, 10 hoch minus 3. Das Ganze kann ich wieder nicht als Bruch schreiben, bzw. kann es umformulieren, indem ich das wieder als Faktor hintendran schreibe. Das wären 8800 mal 10 hoch minus 6 mal 10 hoch 3. Die beiden kann ich wieder zusammenfassen. Minus 6 plus 3 sind minus 3. Und die 8800 mal 10 hoch minus 3 heißt 8800 geteilt durch 1000. Sind also 8,8. Und das ist die Zahl, die wir hier brauchen. Also 8,8. 8800 Kubikzentimeter sind also 8,8 Liter. Die 8800 Kubikzentimeter sind wahrscheinlich relativ schwierig vorstellbar. 8,8 Liter ist so ein guter Abend in der Altstadt. Ja, jetzt haben wir auch mal ein Volumen umgerechnet.